Löbau in Sachsen. Es könnte so schön sein. Könnte, denn die Stimmung ist... Mies. Politisch. Ich denke schon, dass es angespannt ist. Die Menschen sind unzufrieden, klagen über zu niedrige Renten, zu viele Migranten. Die meisten, die wir hier treffen, setzen auf die AfD, hoffen auf einen Wandel. Das ganze System, was hier abläuft, auf Deutsch gesagt, das ist nicht in Ordnung. Und was konkret könnte die AfD ändern? Ach Gott, wie soll ich das jetzt mal ausrichten hier? Diese Leerstelle nimmt die AfD auf, setzt die Themen Bürgergeld, Migration, Krieg in der Ukraine und füllt damit Marktplätze. Dafür ist eine AfD-Delegation extra aus Bayern angereist. Kreisverband Dachau. Dachau. Kannst du dir das nicht vorstellen? Naja, ich meine, wir wollen ja auch da irgendwann mal die Ergebnisse haben, die wir hier haben. Wir schauen uns das nur an, was wir hier haben. Ja, ja, ja. Sachse Tino Chrupalla hat hier Heimspiel und ein Ziel. Die AfD soll im Osten regieren. Doch dafür bräuchte es Koalitionspartner. Und die gibt es aktuell nicht. Stichwort Brandmauer. Was der Ostdeutsche nicht möchte und was er auch nicht mehr hören will, sind neue Mauern, die aufgebaut werden. Wir werden sie einreißen, weil ohne uns wird keine Politik mehr möglich sein. Die AfD bietet Themen und Lösungen. Bis jetzt habe ich noch einen Punkt, der mich interessiert, aber das konnte er mir nicht beantworten. Das kostenlose Schulessen. Wie soll sie das finanzieren? Egal, was die AfD propagiert und spricht, letzten Endes sind viele Themen, die auch die AfD bei uns in der Landespolitik überhaupt nicht beeinflussen kann. Das wird ganz woanders entschieden. Dagegen dominieren bei der AfD Gefühle und Bilder. Mach bitte drei, vier Bilder. Wenn ich die Augen zu habe, kann man das Bild nicht nehmen. Die sozialen Medien sind ein weiterer Marktplatz für die AfD im Wahlkampf. Auch in Thüringen wird gewählt und hier instrumentalisiert AfD-Rechtsaußen Björn Höcke als einer der Ersten das Messerattentat von Solingen für sein Ziel. Er will Ministerpräsident werden. Doch dagegen regt sich vor allem in größeren Städten Widerstand. Alle zusammen gegen den Faschismus! Dresden, Leipzig und Erfurt. Menschen gehen auf die Straße gegen Rechtsextremismus. Doch es ist der Gang zur Wahlurne am Wochenende, der entscheidet, in welche Richtung der Osten steuert.